Ob die jetzt von Belang ist? Ich werde auf jeden Fall relativ geduckt mich hier bewegen, ne? Das ist natürlich davon auszugehen, dass hier Feinde rumlaufen. Ja, also sie werden... Genau. Gegebenenfalls muss ich vielleicht, blödsten Fall, die große Runde laufen. Aber dann laufe ich halt die große Runde. Hauptsache es ist etwas sicherer. Vielleicht, aber nur vielleicht... Hier ist ja nochmal ein Klavier. Aber hier ist ja gar keine Symbolik dran, ne? Aber jetzt könnte ich wahrscheinlich Feinde herlocken damit. Also keine Symbole dran, die ich jetzt in irgendein... Ah ja. Moment. Hier jetzt wieder diese Tür. Und jetzt wieder da lang. Ja, fühle mich sehr wohl. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Das ist schon ordentlich so. Läuft alles. Da sind sie. Ja, ja. Sie dürfen auch da bleiben gerne. Puh. Läuft einigermaßen. Ist das jetzt echt wahr? Ist das jetzt wirklich wahr, dass die Karte so weit nach rechts verschoben ist? Aber es soll jetzt wahrscheinlich auch so ein Stück weit so sein. Beziehungsweise muss so sein, weil sie hat sich ja jetzt so ein Stück auch erweitert. Der Raum hier hinten ist ja jetzt auch nicht mehr so wichtig. Ich gehe aber trotzdem mal speichern hier. Vielleicht hat sich hier inzwischen auch so ein Getränk eingefunden oder so, ne? Was das Spiel netterweise einfach hier hat spawnen lassen. Nein, das ist nicht der Fall. Schade. Okay. Auf jeden Fall sei jetzt hier mal gespeichert. Dann kann ich jetzt als nächstes schnurstracks auf den, äh, oder in den Aufzug steigen. Der brennt. Was? Was? Ah, äh, was? Ihr wollt mich doch verarschen. Ach, okay. Alles klar. Da oben ist so ein Lüftungsschacht gedönst da. Ich habe alles falsch gemacht. Naja, gut. Aber wir könnten es uns ja trotzdem mal angucken. Konnte ich ja jetzt nicht ahnen, ne? Ah je. Also gut, dann wird es doch nicht so leicht. Also. Dann gestaltet sich der Weg jetzt wie folgt. Wir... Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich natürlich... Aber gut, jetzt habe ich gespeichert. Ist, ist egal. Ist nicht so schlimm. Ich habe wenigstens gespeichert. Kann ich nicht hier irgendwie abkürzen? Das wäre ja... Das wäre ja schön. So. Diese Tür... Ja, das ist jene... die müsste ich jetzt auch noch benutzen können... hoffentlich. Da ist dann wieder ein Kamerad. jetzt ist ganz offensichtlich dass da so eine art ja das ist eine zwischenwand oder sowas ist dazu durchlaufen und dann da vorne durch diese schmalen gänge da hindurch und dann nach links raus würde ich jetzt mal behaupten so sieht es für mich aus anders geht es dann jetzt erst mal nicht weiter jetzt ist mir natürlich ein kleines bisschen die neugier doch noch im kopf ich hätte ja natürlich gern gewusst hier vielleicht noch irgendwo lewis da was so genau für diese doch ja den habe ich jetzt gar nicht gesehen also im schlimmsten fall war wahrscheinlich zu an dem speicherpunkt gewesen sind ich kurz nachdem ich onkelchen besiegt habe gemacht hatte und das wäre jetzt natürlich ganz ganz fies gewesen das jetzt alles noch mal zu spielen bis hierher aber jetzt wissen wir dass man vielleicht zumindest mal so ein paar bereiche relativ zügig durchlaufen können er wird ja hoffentlich einfach wieder zurückgehen ich bleibe einfach mal hier stehen ich gehe auch mal in die hocke gut da geht auch ein stückchen da weiter die gelegenheit nutzen wir natürlich mit angehaltener luft gehen wir da durch in der hoffnung dass alles gut wird jawollo also und wir haben aus der vergangenheit gelernt wir interessieren uns jetzt nicht dafür ob irgendwo irgendwas steht und obgleich ich natürlich eine flasche tonicum gebrauchen könnte wir lassen das jetzt mal gut sein jetzt sind wir da drin wo wir lang wollen genau jetzt kann es natürlich unter umständen passieren dass wir uns gleich wieder ein bisschen jumpscaren wollen das machen sie ja ganz gerne das besondere in so schmalen gängen hier in dem spiel das ein oder andere mal hat das ja auch schon funktioniert so weit so gut genau da müssen wir hin dann müssen wir nach links also vorne auch rechts ums eck ich wissen was hier im keller für holzböden knarren das möchte ich echt mal wissen da rechts ums eck da müsste er allerdings unser freund kommen genau kommt der bis hier her er kommt zumindest mal relativ nah ich würde gern da wieder rein hallo fast also jeder der hätte mich jetzt fast gesehen dem versuche ich jetzt mal möglichst nah auf den fersen zu bleiben denn so wie es aussieht so wie es aussieht muss ich ihm ja bis kurz vor knapp auf den fersen bleiben und dann da in diesen lüftungsschacht oder zumindest mal diese zwischenwände hinein kriechen und das stelle ich mir eigentlich relativ schwierig vor muss ich ganz ehrlich sagen schwierig bis unmöglich eigentlich doch nicht so unmöglich ja wir sind wir sind leider vom onkel jetzt was ganz anderes gewöhnt hier ne da also da hat er wirklich schleichen und dergleichen nichts gebracht ist ja unheimlich schade wie ich finde ich geh den gang trotzdem mal bis zum ende also wenn man bei onkelchen noch ein bisschen hätte ein bisschen hätte mit schleichen sich ein bisschen besser fortbewegen hätte können dann wäre das geil gewesen dass man natürlich die ganzen kartuschen verbraucht hat ja gut das ist jetzt halt so allerdings ist das ding ja jetzt eh kaputt das heißt wäre ja jetzt eh nicht mehr von belang für das spiel und auch die tatsache dass es kaputt ist gibt mir hoffnung dass es ja nun so lange nicht mehr dauern kann zumindest mal wird es keine stellen mehr geben an denen man das benutzen muss weil es ist ja nicht mehr da so jetzt haben wir hier eine interessante konstruktion wo sind wir denn eigentlich in einem großen raum ok jetzt müssen wir natürlich mal schauen wie wir hier durchkommen so ok also direkt mir gegenüber ist quasi die tür der ausgang ok ich bin trotzdem eigentlich neugierig ob hier nicht irgendwo ein tonikum rumsteht wobei ich ja auch der guten hoffnung bin dass ich ein solches im spiel auch nicht mehr brauche weil das jetzt alles ohne feindkontakt vonstatten gehen kann hier aber natürlich muss ich ja noch bis zur orgel das heißt ich muss aus dem keller hier natürlich erstmal raus und wie gesagt ich würde ja auch noch gern mal in den ersten stock weil da ja noch eine vogel schlüsseltür ist ob die jetzt von belang ist gescriptet oder muss ja was will ich machen hier ich weiß ja nicht mal dass der da ist nicht okay das sieht aber blöd aus ich meine sogar das spiel ich weiß nicht ob ich schon mal erwähnt hatte in den streams das spiel hat wohl verschiedene enden ach vermutlich ist das jetzt ein schlechtes aber ach ich will ja dass ich alles bei vollem gewusstsein mitkriege ha hundi ach m ja m m m m m m Aufgaben wurden aktualisiert Ja, jetzt wollen wir mal am besten nicht auffallen Schauen wir uns mal unsere aktualisierten Aufgaben an Keine Karte vorhanden, das ist ja schon mal gut, das heißt wir brauchen keine So, finde die übrigen Notenblätter, das ist nur noch eins Entkommen mit dem Ritual Hier wär erstmal ein Speicherpunkt, nutzen wir natürlich Und ne Audio gibt's auch wieder Ja Na, ich glaub die ist auch durchgedreht ne Möglicherweise, guck mal, Tonic, Tonicum, nehm ich Also Da brauchen wir vielleicht doch noch eins, ne Hoffentlich verwende ich's nicht aus Versehen Also, äh, Ritual entkommen Weiß ich nicht, hab ich das jetzt geschafft Ne, finde die übrigen Notenblätter So, und ich muss natürlich, ähm, auch dann irgendwann an die Orgel Oh, der Baronfalle Oh, der General für Tire Will der Tirefalle Oh So Da läuft jemand, okay Sie, äh, warte Okay, der läuft da so seine Runde Ja Ich, also ist schon fast, äh, fast reflexartig, dass ich hier die Karte gucken will, um zu gucken Wohin geht's denn überhaupt, wo lang kann ich denn überhaupt Im jetzigen Moment Habe ich leider nicht das Gefühl Habe ich nicht das Gefühl Jetzt die Weg, ich hier generell Oh, ich tsch, 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 tsch Ja gut, ist alles in Ordnung Alles ist gut Das Leben ist fein Ich bin leider auch in meiner Sicht Sicht ein bisschen beeinträchtigt hier. Das Fehlen einer Karte macht jetzt natürlich hier alles ein bisschen schwieriger. Hier muss ich jetzt wahrscheinlich generell so ein bisschen mich vortasten. Wollang das hier gehen könnte. Also wie es aussieht muss ich dem Typen da auf der anderen Seite folgen. Nichtsdestotrotz, also wenn jetzt hier irgendwas passiert, dann werde ich ja denke ich mal speichern können. Ja, ihr wollt mich verarschen, ne? Ich benutze das Tonicum mal noch nicht, also ganz bewusst. Ich möchte hier wirklich erstmal rauskommen aus dieser Situation. Die lassen mich hier natürlich nicht so einfach raus. Ja. Wirklich keine Karte? Ach du Heilige. Sag mal, wo zur Hölle? Irgendwas auf dem Boden, was knistert, sag mal. Geh weg. Gerade jetzt stelle ich auch fest, durch das Update des Spiels ist nicht unbedingt eine stabile Framerate dazugekommen. Das sieht jetzt aber glaube ich so gar nicht mal schlecht aus. Ich glaube, so ein bisschen... Ich weiß ja, ich weiß ja, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, hier irgendwie Tonicum zu nehmen. Ich warte vorsichtig, aber noch ein bisschen, bis ich mich... Ach so, den muss ich wegschieben. Ist klar. Okay. Überall Tote. Ach du Heilige Scheiße. Also es ist ja auch immer noch die Rede von diesem Wesen, von dieser Sirene oder was immer das sein soll. Es sieht hier fast so aus, als wäre das hier gefüttert worden. Und sie sagte ja am Telefon, man muss es befreien. Also ich werde jetzt einfach mal hier das Tonicum nehmen, wenn es mich denn das Spiel machen lässt. Jetzt werde ich auch kein weiteres mehr haben. Nee, war das Einzige. Ich habe alle vier Zylinder. Es ist eigentlich wirklich nur die Orgel im Erdgeschoss. Was jetzt aber noch passieren wird, kann ich natürlich nicht sagen. Aber es kann ja nun auch nicht mehr viel sein. Es kann nicht mehr viel sein. Okay. Okay. Aufgabe wurde aktualisiert. Fliehe aus dem Hotel. Finde die übrigen Notenblätter. Okay. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Hilfe. Wo bin ich eigentlich? Wo ist mein Pfeil? Da oben. Also ich bin ja wirklich gewillt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja echt neugierig. Erster Stock, da ist noch ein Vogelschlüsselraum. Aber im zweiten Stock sind auch wiederum Räumlichkeiten mit noch anderen Schlüsseln, die geöffnet werden können. Jetzt weiß ich natürlich nicht, inwiefern das jetzt noch wichtig ist, die zu finden. Ich meine, ich habe alle vier Zylinder. Ich habe eigentlich die Grundvoraussetzung, glaube ich schon, um das Spiel zu beenden. Was ich jetzt aber auf jeden Fall als erstes tun werde hier, kann ich da drauf treten, ohne zu sterben? Ja. Was ich jetzt auf jeden Fall als erstes tun werde, ist mir auf jeden Fall mal einen Ort zum speichern, suchen. Was ist denn das hier? Controller hat wie Breard, als wäre hier was. Ist denn in dem Raum hier irgendein Fragezeichen? Nö. Das heißt, wir hätten ja hier eigentlich nichts weiter zu gucken. So. Das sind auf jeden Fall mal Schritte. Nicht die eigenen wohlgemerkt. Okay. Dann wären wir da in einem Raum, in dem wir auch noch nie gewesen sind. Offensichtlich ein Vorfall. Oder halt, also, ja, so. Hier kann, so wie es aussieht, auch gespeist werden. Hier kann irgendetwas getan werden, was ich jetzt nicht tue, weil ich nicht weiß, was ich da tue. Aber will mir vielleicht der vibrierende Controller sagen, dass ich da was machen soll? Will er wahrscheinlich schon, ne? Aber ich will ehrlich gesagt in den ersten Stock. Nö. Mome. Hä? Egal. Da scheint es mal nicht rauszugehen. Also diesen Schlüssel habe ich definitiv noch nicht. Mit dem Schädel und den gekreuzten Schwertern. Ich habe diesen Schlüssel nicht. Ich wüsste auch nicht, wie ich da rankomme. Hier ist auf jeden Fall ein Speicherraum. Das ist ja schon mal gut. Wo habe ich jetzt hier Puls? Egal. Ich speicher erst mal. Müsste es glaube ich auch eine Audio geben. Ja. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Das kann nicht sein. Das kann es nicht getan. At least nicht in Zeit. Ich sit hier. Sit an diesen Schlüssel day nach dem Tag. Night nach dem Nacht. Trying to compose eine Forme von Counterpoint. Eine Forme von Counter Song zu dem Lament von dieser Schwerst. Und für was? Am ich foolish to hope that this might work? That I can stop my father? One misstep, one false note on my part would be catastrophic. What such a mistake might unlock could be far worse than the Siren's enchantments. But what choice do I have? I cannot turn my back on others or allow him to succeed. Without some form of counter all of us and many more will be lost. 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 In Ordnung. Will be lost. Will be lost. Ja, das ist gut. Will be lost. Okay. Also. Gucken wir uns mal das Bild hier an. Da hat es vorher irgendwas gemacht. Die Providence-Kreatur. So ein Mensch. Hm, was wollte? Stimmt was nicht? So, das könnte die Providence sein. Und das heißt und die Sirenen. Ach so. Nee, dann ist das nicht die Providence. Sollte ja auch etwas moderner sein eigentlich, ne? Und das heißt ist ja doch ein bisschen länger, ja. Okay. Also. Ganz hübsche Bilder hier. Hm? 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 Jetzt, äh, speichere ich nochmal. Nur zur Sicherheit. Sämtlich Bilder angeguckt. So weiter und so fort. Hier ist nichts weiter. Auch keine Flasche mit Tonicum. Aber wir haben ja auch erst getrunken. Das ist ja nicht so schlimm. Ja? Und jetzt? Jetzt spielt er ja nicht mehr. Und was soll ich machen, wenn er spielt? Also drehen darf ich mich ja scheinbar. Vielleicht muss ich da doch was machen. Da fehlt noch was, ne? Das ist ja nicht mehr. Was soll ich jetzt tun? Ist er da drüben? Was passiert denn, wenn ich mich jetzt bewege? Ah ja. Aber was mache ich dazwischen? Vibe. Jetzt stehen. Ist klar. Was mache ich denn, solange er spielt? Raum untersuchen. Auf ihn zugehen. Rauchen. Habe ich die Karte? Ich habe eine Karte, ja. Aber eigentlich, ja, halt auch nicht wirklich. Obwohl, oben links. Im Eck. Ich gucke mal, ob ich da was machen kann. Aber ich glaube, da komme ich ja her. Ja, also mehr oder weniger. Ja, ja. Da komme ich ja her. Ah, hier müsste doch was sein. Wenn man der Karte glauben darf. Also, mal wieder null Checkung. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Drehen geht nur laufend nicht. Was? Mädels, Jungs, ich verstehe das nicht, was muss ich hier tun, bitte, der ist jetzt an, das ist super, wahrscheinlich muss ich da hin, amram. Untertitelung des ZDF, 2020